Eisenherz gefunden. Okay, dann baue ich hier mal einen Eisenbergwerk hin. So, Kohle gefunden. Kohle gefunden. Eine Fresse, Militärgebäude besetzt. So viele Scheiß... Keine Rohstoffe gefunden, Holzfällerhütte. Dann wirst du jetzt sterben. Tschüss. Granit gefunden. Kommt ein Granitbergwerk hin. Dann Kohlebergwerk. Kranen mache ich weg. Kohlebergwerk. So. Ähm... Militärgebäude besetzt. Hab ich schon. Eisenherz gefunden. Hab ich schon. Kohle gefunden. Militärgebäude besetzt. Mh, hhh, hhhh Gucado wo hab ich hier- Ich hab daraufhin Greece nach unten... Vielleicht sollte ich oben noch mal eins spawnen Warenstau! Ja, auch da mache ich auch mal so einen Umgebungsweg noch. Ich meine, da ist halt diese Münzprägerei, die direkt nebenan ist. Kann er auch von oben direkt dran. Ja. Ja, ja. Das sollte kein Problem sein. So. Baue ich hier gleich mal noch ein Fleischer hin. Ah, lol. Nee. Ja, ich habe gerade einen komischen Weg gebaut. Dann habe ich mir gedacht, nee. Ja, okay. Daherum kann ich ja nicht noch mal. Kann ich... Vor allem die ganzen Bretter, ey, die halt Warenstau machen. Aber das ist halt normal. Nein. Ja, ja, ja. So, mache ich da mal eine Eselzucht. Die Mitte hat auch noch mal ein bisschen Gold. Also, in Gold wird es uns nicht fehlen hier. Ja, es ist nicht schlecht. Ja, also Bretter habe ich immer noch genug. Die müssen nur halt auch ankommen. Aber es gibt momentan halt einen Stau. Ja, das ist bei mir gerade auch echt ein Problem. Und es ist ein bisschen schade, dass man halt Baustellen nicht priorisieren kann, oder so. Kann man nicht? Ich wusste. Na ja, doch. Stimmt, hast recht. Bei Hitler 3 geht das. Also, ich würde sagen, höchste Priorität an dieser Baustelle. Dann wird das zuerst gebaut. Ich meine, aber bei Hitler 3 gibt es ja auch keine Wege. Also, okay. Dann brauchst du einfach genug Siedler und dann... Wenn du genug Siedler und Waren hast, dann wird das halt einfach gemacht. So, jetzt brauchen wir einen Fleischer. Ähm, Fleischerei. Dann brauche ich hier nochmal einen Weg hin. Einfach, weil ich es kann. Schweinezucht baut schon... Die baut mir hier schon Schweine. Die Schweinezucht. So, Münzprägerei. Aber ich habe scheinbar eine Überproduktion an Brot. Aber es liegt auch daran, dass meine Fischerhütten noch arbeiten. Wenn er benutzt. Äh. Ich habe nur einen Förster. Einen einzigen. Okay. Bis jetzt. Krass. Ja, ich glaube, ich sollte mal hier die Holzproduktion... Genau. Ich baue hier unten die Holzproduktion weiter, weil das wird ja auch an der Front sein und dann... habe ich hier direkt die... die Waren vorne. Das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Ich habe hier ein Sägewerk hin und ein Lagerhaus. Und dann baue ich hier... noch einen Holzfäller. Und noch... Forsthaus. Ich habe gerade so viele... fucking... Baustellen überall. Bauernhöfe, die ich vor Ewigkeiten gebaut habe, sind auch noch lange nicht fertig. Aber die brauchen auch nicht mehr viel. Noch zwei Bretter. Aber die Bretter müssen auch irgendwann erstmal dran kommen. Da. Ich habe immer noch 39 Bretter in meinem Lager da. in meinem Haupthaus. Rohstoffe sind nach Bretter. Ja, ich weiß. So. Gold gefunden. Ja, da unten ist Gold. Cool. Kann ich hier vielleicht noch? Bist du da unten? Ja. Ne Idee. Na, hier baue ich aber einen Wachturm hin. Da muss ich einen Wachturm hinsetzen. Weil... der Gegner kann hier auch... relativ schnell ankommen. Na ja, sobald bei mir die... nächsten... ...Faraken und sowas fertig sind, wird es auch kommen. Ich hoffe, der Forsthaus ist... Das Forsthaus ist weit genug weg von den Bauernhöfen. Das ist... Das nervt immer. Übel, wenn... in so einem Forst... ...Faraster... ...den... ...platz weg nimmt. Das stimmt. Das kann weg. So. Das ist alles voller Kohle. Alles voller Kohle. Eisenerde. Alles Kohle. 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 Kohle? Baut mehr Sägewerke. Das ist ein Bergwerk. Das fehlt für das Sägewerk einem Brett. Das ist ein Bergwerk. Das wird schon gehen. Ach schon. Ich mach mal ne Schlosser aus. Baut mir zu viel Zeug. Was? Der Schlosser? Das ist ne Schlosser? Hab ich ne Schlosserei. Okay. Ich hab noch keinen... Ich hab noch nicht mal ne... Ich hab weder ne Schlosser noch ne Schmiede. Ich hab noch nicht mal ne Eisenbergwerk angeschlossen. Das haben wir schon alles am Laufen. Ich hab nur... Ich hab nur Kohlewerkwerk und Gold. Und ähm... Münzprägerei. Die ist bei mir auch gerade angelaufen. Könnt hier mal gucken, was hier eigentlich drin ist. Wenn hier Kohle ist, dann könnte ich hier ne... ne Schmiede und so anfangen. Und dann läuft das alles hier an diesem Lagerhaus. Dann ist das auch... ...von dem Hauptquartier weit weg. Was gut ist. Hm. Öp. Schick ich hier nochmal nen Speer los. Und dann... Ah, ich glaub ich sollte hier trotzdem anfangen. Wenigstens Wachtürme zu bauen oder so. Ah, wahrscheinlich schlecht noch. So auf die Dauer. Oder direkt mit Festung. Naja, wieso nicht. Steine hab ich ja genug. Naja, die hab ich jetzt, glaub ich, inzwischen auch genug. Aber... Eisen... Ah, hier ist kein Eisen jetzt. Ah, hier ist keine Kohle, hier ist Eisen. Kohle ist da oben. Nein, da brauch ich's nicht. Baracke. Ja, ich glaub ich baue hier dann gleich mal ne Festung oder sowas hin. Aber erstmal schick ich den Speer los. Ich muss nämlich dann hier ein bisschen umorganisieren. Was funktioniert das nicht? Gebiet verloren. Ja. Hab dir da mal was weggenommen. Mwahaha. Ja, deine Wachstube steht da auch besser als meine da oben. Weil ich komm noch nicht unten an den letzten Zipfel von dem Berg dran. Ah, ja, stimmt's. Hier ist eh alles voller Kohle. Und in der Mitte des Berges ist es Gold. Glaub ich. Also... Hm. Ah. Kann ich hier vielleicht einfach das hier zu nem, zu ner Wachstube? Nee, geh nicht. Also zu nem Wachturm. Meine Baumstämme gehen zur Neige hier. Eigentlich könnte ich dann hier ein Sägewerk abreißen, weil da unten baue ich ja ein neues. Oh, hier ist alles voller Eisen, das bringt mir nix. Ich will hier Kohle haben. Überall ist Kohle, nur nicht da wo ich's haben will. Ich wollte erstmal fucking Bretter. Um sowas muss man sich früher kümmern. Ja, ist richtig. Ich muss mal das Forsthaus kurz abstellen. Diese Bäume hier gehen mir auf den Sack. Ich baue jetzt hier für drei Bäume und scheiß Holzfäller hin. Gold gefunden. Ja, genau gleiche Männung habe ich gerade auch gekriegt. Gold gefunden? Ja. Auch den Geologen in der Mitte, ne? Ne, ne, das war oben bei mir gerade. Achso, ok. Alles klar. So, ok. Ja, noch mehr. Immer noch kein Gegner in Sicht. Trotzdem, ich will jetzt hier einfach mal... Ich will jetzt hier mal mit Action anfangen. Festung. Ja, richtig. Also... Irgendwann muss man ja mal anfangen. Aber halt irgendwie so drei, vier Festungen voll mit Soldaten machen, dann hast du keine Soldaten mehr. Dann sind die alle da drinnen. Weil wir haben halt nur... Ja, stimmt. Ja gut, ok, wir haben 90. Gut, dann braucht man ein paar mehr. Aber trotzdem. Achso. Ja gut, aber ich habe ja schon... Also ich habe alles, was ich brauche für neue... Ja, aber das... Die Produktion ist aber sehr langsam. Weil... So ein Schmied braucht halt seine Zeit, um... Um... Die Sachen zu erzeugen. Hm. Also bei mir wird... Ja, ok. Bei mir wird schon die ganze Zeit produziert, aber anscheinend werden auch direkt umgewandelt. Ja. Das kannst du... Warte mal. Ähm... Militärische Stärke. Ja, deine militärische Stärke geht auch schon nach oben. So. Ja. Stimmt. Und die von dem Roten scheinbar auch... Ne, warte mal. Ne, deine bleibt gleich. Ok. Die von dem Roten...